Herzlich Willkommen hier mal wieder zu einem kleinen Let's Play und zwar spielen wir heute Bad Wars in Tony Stream mit Aron Wer ist denn da noch? Ben, Tony, der streamt Ich bin wieder unwichtig, ne? Hm, ja, ja Ja, ich hab dich doch genannt Und wir spielen Bad Wars Und Tony streamt Also, nochmal kurz zur Aufteilung Ich bin rot Ich kann nicht gut Bad Wars spielen Aron kann relativ gut selbst spielen Ich bin kacke in Bad Wars und Flo weiß es nicht Ich bin gut in Bad Wars, ich mach die Arnold Schwarzenegger-Taktik Die Musik kommt von Tony, also beschwert euch auf Tonys Kanal Alles klar Du stehst einfach nur rum, alles klar Ja, weil ich den Musik-Bot leiser gestellt habe Und Darkwise kann ich bei ihm kaufen? Blöcke, wow Link Villager fehlt, alles klar Wow, sehr, sehr cool Wenn mein Kanal gesperrt wird, Tony ist schuld Okay, ich versuch's Was soll ich jetzt machen? Ja, Aron fällt das mal runter Ja, der hat fast gepritcht Ein paar Blöcke nur Ja, Eagle, fast bridge und jeder Und ein bisschen nach oben bauen, Ben Weil sonst können die das schon Nein, straight ahead Tony Du musst straight ahead bauen Ben, warte doch mal, ich hab Blöcke Oh, nee, er 5 Modus Alter Alter Nein Ist das schlimm, wenn man stirbt? Ne Ja Du bist dann down Okay, Tony Ich schütze Hier Das wär doch mal so ne richtig geile Challenge, ne? Ja, mal, ich spiel da irgendwann mal, aber jetzt garantiert nicht Na, natürlich Geronimo! Nein, 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 nein! Stark, stark Nein, ich hol mir sicherlich keinen Krüppel Gibt's hier irgendwo Warum kann ich mir keinen ganz stark normalen Stick holen? Doch, für 8 Bronze, glaub ich Ey, den Rückwurf Stick Äh, Waffen Oh, Kenzo ist da Ja, Mann Und in dem Zeitpunkt wollte ich grad auslächeln Alter, Ben, du bist so dick, ich kann einfach nix kaufen Ich kann mich runter, mein Freund Nee, sorry, aber 5 Modus geht echt nicht 10 Sekundenauer Hier, Ben Hier, Ben, für dich Was? Ein Brustbronsor Wie? Kommt jemand, kommt jemand Jetzt kommt jemand, warte, den knall ich runter Würde der Server nicht bei mir lenken Tschüss Ich bin runtergebrustet Ja, warte, da kommt noch einer Doch, ich bräuchte vielleicht mein Schwert oder sowas Ach, Fabelabab, Schwerte werden überwertet Aaron, spring da rüber und knall ihn weg Ich hab Wohlstoß Nein, nicht nicht Für ein Eisenschwert brauchst du 5 Gold Oh, lass mich noch machen Ich brauch 5 Gold, alles klar Ja, dann hab ich hinter dir ist jemand Lass den herkommen, lass den hab ich herkommen Dann können wir besser boosten Oder so Man muss sie auch mal opfern Hier ist halt ein Goldschwert Noch ein bisschen größter Du bist schon so'n kleiner Kevin, ne? Immer Vor allem kann man irgendwie aus dem scheiß Bronz auch Silber, äh, Iron machen? Grün kommt, grün kommt Komm her du Hier, ich bin Arnold Schwarzenegger Mann, Kempz, wo fällt dir ein, du Kempz Lass uns doch nicht ausbrechen Das Silbers bohrt einfach auch irgendwo mit Das waren alles hier in der middle of the street Warum ist hier... Hier kein Shop, Alter Ich hab viel zu viel Bronz, Alter Kenzu, das ist nicht nett von dir Na komm Kenzu, du darfst dich nicht Kameranschwein Ah, er ist einfach rausgefallen Dummer Sack Alter, leckt der Server so bei mir Oder leck ich auch bei euch einen Tess? Nein, so wenn er das grad eben gelackt Ich weiß es nicht Weil Tony einfach so mal wieder die Armataktik gemacht hat Fuck Hat nicht geklappt Ja, wo du mich meintest über die Hälfte der Map zu werfen Oh ja Kann ich dann erinnern Ja, warum wohl? Weil ich dich dann die ganze Zeit angeschrien habe Du sollst mir mein Geld wiedergeben Und du dann so Hä, dafür kann ich nichts Das kann ich dich dann erinnern Das war auf Pirates Gaming Wir haben übrigens einen neuen Server gefunden, Flo, ne? Also Ben und ich, der relativ cool ist Lass uns mal mal spielen Ja, der ist in Ordnung Außer, dass er 50 Jahre alte Polizisten rumgehen Ja Polizistinnen wohl gemeint Ne, ist die 28, steht auf dem TS Also Ja Als ob die 28 ist Ja Leute, für die Leute, die jetzt grad zuschauen Wir reden Nein! Oh, ich war grad bei Gelb am Bett Ey Dankeschön Tony ist fester Meinung, dass die Zuschauer nix aus der Minecraft sehen wollen Ja, ihr könnt ja mal sehen, ob ihr was anderes aus der Minecraft sehen wollt FSX Ja gesagt P3D Warst du oft beinah bei Gelb am Bett? Ne, bei Grün Alter komm her, wir gehen jetzt irgendein Aron Aron Wir gehen jetzt in Team rushen Das heißt Lass doch warten, ich hab gleich nen Bogen Ach, aber aber Bogen Was war denn für nen Bogen? Das wird alles überbewertet Aron, warte, wir müssen uns dezent equippen Ne, du bohrst auch noch 3 Ja, plus Fall Ich bin ready Warte, warte Ja, ich geh einfach mal in die Mitte Ja, warte, ich will mir noch was zu fressen kaufen Ich bin voll Fressvieh Warte, kein Mensch Heute kommt hier irgendwie gar nicht raus, ne? Ich hab nur nen Rückschuss-Stick, ne? Aron Ja, ich hab nen Schwert noch Okay, mehr wird Ich hab einen mit Schärfe 2 und Hilfe Aron, ich bin hinter dir Aber sehr weit weg hinter dir, hinter dir Aron Oh, das ist Tony Tony, komm mit Ich bin in die falsche Base gerannt Alter, ich hätt ich meine Ah, okay, zwei Leute wollen... Alter Er hat mich, der hat mich in den Hohner gekickt Ist jemand in unserer Base? Nee, aber äh, ich red mal lieber zurück Weil hier kommen grad tausend Leute und die ARK ARK ist halt... Scheiße, ne? Nein, ARK ist wohl geil Nein, ARK ist cool, aber ARK haben wir halt nicht Hat keiner von uns, oder? Ich? Ich hab's Ja, wie gesagt Ja, Entschuldigung Es ist halt so, Forrest Nur mit geilen Dinos und Dodos, die dich vollkacken Bei Steam gibt's ja immer so 4 Packs, ne? Ihr müsst so viel spenden, bis ihr ein 4 Pack leisten könnt Ja, alleine macht's ja keinen Spaß, ne? Das wissen wir ja alle Aber Flo ist da Ihr könnt's euch kaufen, ihr streamt's nicht Ja, ich fahre... Na, Dankeschön Aron, wo bist du? Ich bin weiter auf die Niveau Neu, und so gut? Boah, kann man bitte das Geräusch nur kommen, wenn unser Bett zerstört? Wir danke, LG Lieber Gommes Support Oh, Vorsicht, Bogen inbound Inbound to... Fast Fast, ich glaub, ich geh wieder zu Team Grün Oh nein, geht auch runter Ich dachte, ich hab Toni grad runtergeschlagen Geil Ich dachte, ich hab... Oh nein, wir haben zwei Zuschauer heute und Leute, was ist los? Was ist los? Ja, weil du kein ARK streamst, selber schuld Echt mal? Ey, es waren ja nur zwei Leute Das sind zwei Leute, die die ARK wollen, die sind richtig aktiv Oh nee, doch drei Euro von dir dazu Ja, da fehlen mir immer noch ein paar Euros, weil Franz, ich immer noch für Premium ausgegeben hab Weißt du doch 8 Euro plus wie viel? Plus 3, okay Genau findet er noch 9 Ähm, das ist jetzt schon mit den 20 Euro Boah, der Grün ist so behindert So behindert Oh, ich hab drei Gold, ich hab drei Gold Toni, wie viel brauchst du für'n Bogen? Hier Dann... Ich hab vier Gold Ich hab vier Gold Ich hab vier Gold Ich versuche safe nach Hause zu kommen, weil's eh nix wird, weil ich behindert bin, aber ich versuch's Gute Ein... also eins ist das beste Weg zur Versuchung, alles klar Gute Einstellung schonmal, ne? Ja Okay, ich bin safe Ich bin safe, ich bin safe, ich bin safe, ich bin safe, hier Toni Ich versuch's diesen Typen abzuschießen, aber ich krieg... Hä, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, ich mach dich fertig Oh, ich mach dich doch nicht fertig Ben, kümmere dich drum Ja Ja Ja, er fliegt von alleine runter, der dumme Sack Ja Du dummer Sack, du dummer Sack, baby Du dummer Sack, 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 du dummer Sack Ich geh da hoch Ja Wir holen es dir jetzt 20 Euro kostet, ARC Also, geht eigentlich Ja, Alter, als ob der mich im Alter OOOH Läuft überhaupt meine Aufnahme noch Ja Komm her, du scheiß Pussy, hm, 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 hm So, noch ein bisschen esen Alter, kannst du mal bitte wen, den hit'n? Na komm, der gelbe komm. Tschüss! Oh, ist es! Warte, Aaron, warte, ich will mir einen Rückschusssick holen. Nein, wir schauen nicht auf deinen Server vorbei. Natürlich machen wir das, um ihn dann kaputt zu griefen. Ja, da hätte ich natürlich auch drauf zu, ne? Denn wir sind die echten, äh... Wollen wir auf den Lace drauf hin? Nein, wo ist das hier, Mann? Hä, Aaron und ich versuchen schon die ganze Zeit unsere Nachbarn anzugreifen. Ja, welche denn? Ja, die... Die halt... Die halt neben uns sind, ne? Das kennst du ja gar nicht, okay, alles klar. Okay, ich bin hinter die Aaron. Aber die bauen sich zu uns, ne? Nice. Geht gar nicht. Äh, Aaron? Ich bau mich mal in die andere Richtung, ne? Bauen wir mal wieder weg, ich kann nix wegbauen. Achtung, da könnte ein Loch sein, irgendwo. Ja. 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 Ich bin zu gelb. Ich bin zu gelb. Alter, wie das aussah... Ich... Alter. Das Bett, dein, das war unser Bett, ne? Alles war unser Bett, ne? Alles war unser Bett, ne? Oh, nice. Geld war da. Ey! Unser Bett wurde zerstört, ne? Wir sterben. Jetzt sind wir immer dort. Ja. Tschüss. Sterb doch mal. Alter, kriegt doch mal bitte seinen Rückstoß. Aaron? Hm? Wir gehen jetzt dieses Scheiß-Team-Gelb ficken, ist das klar? Nein. Wir sterben eh nur. Nein, das schaffen wir schon. Da sind keine Scheiße-Löcher, wo wir beide gleichzeitig durchfallen. Ja, scheiße. Ja, das ist echt blöd. Also, zumindest Werbung jetzt hier einfach hinkommen, Werbung machen und dann wieder gehen. Besucht auch meinen YouTube-Kanal! Tschüss! Ich disconnecte jetzt, ne? Ja, weil sonst wir gleich abgeschossen werden. Was bringt das jetzt, wenn Team Grün sich zu uns baut? Das Bett ist eh weg. Hat jemand Bogen? Ne, ne? Ne. Ich hab dir doch extra Gold besorgt, ey, du Inkompetent. Warte, lass ihn hier reinkommen. Komm, du Dumasack. Apo, Apo-Retschu. Denk immer! Ey, Toni, denk immer dran! Hast du inzwischen bei Insta-Buttons eingefügt? Ja, hab ich. Kommt eigentlich. Achso. Oh nein, das hab ich noch nicht gemacht. Das wollte ich machen. Oh nein, das muss ich noch machen auf jeden Fall. Ich wollte heute aber noch so follow... Äh, follow... ...war ja... ...satz hinzufügen. Da hat es irgendwie gebackt. Boah! Ich hab was sehr Wertvolles gekauft! Wollen wir einfach auch... Aron! Aron! Aron, guckst du! Ich hab was sehr Wortvolles gekauft! Eine Kiste! Was? Wortvolles? Ben! Zieh dir die Kiste an! Das ist... Eck wert! Oh mein Gott, eine Kiste! Oh mein Gott! Ja, ne? Ich war genau so verblüfft wie du! Ja, guck mal, da ist schon Spaß! Ey, der hat irgendwer mal auf die Fresse bekommen! Tschüss! Ich geh jetzt! Ich war Gamer in die Mitte! Ich bin Arnold Schwarzenegger nicht! Deswegen schaff ich das, weil ich Jack Norvis bin! Und bei Youtube ich hacke! Beziehungsweise ich hacke! Huch! Huch! Ich bin tot! Weil es bei mir geleckt hat! Hacker! Hacker! Hacks! 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 Der kann nicht besser sein als ich, also Hacks! Hacks! Ja, das ist Ruhmgefehl! Ja, das ist Ruhm! Ja, das ist Ruhm! Okay, ich bin tot! Hex! Hex! Cool, dass du da bist! Ben, spring runter! Ja, wir können auch... Ja, ich bin tot! Wollen wir Skywars spielen? Hey, wir haben jetzt eine Runde Bedwars nur gespielt, ey! Das geht ja gar nicht! Das ist halt scheiße, weil es auch rum ist! Nee! Doch! Oh! Bedwars ist irgendwie schon ein bisschen scheiße! Nein! Nein, nicht, wenn man es kann! Was machen wir denn? Was könnt ihr eigentlich? Ich hab Gamescom ist gestorben! Ja, ich bin ab der 2 Bindung getrennt! War das jetzt richtig oder falsch? Falsch! 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 Soll ich jetzt mal sagen, ne? Eigentlich nicht! Ja, was machen wir einfach mal 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 jetzt! Für GTA 5! Für GTA 5! Wir hören uns jetzt erstmal den Air Berlin Song an, der kommt jetzt gerade! Ich schau erstmal meine Aufnahme, also man sieht sich im nächsten Video wieder! Ciao! Vier ich auf. Aber das ist das, was wir jetzt noch mal wieder! Für SNK!